Frau Bergmeister, wieso haben Sie sich dafür entschieden auf ein zettelloses Kassenbauensystem zu setzen? Wir haben uns dafür entschieden, erstens ist es wirtschaftlicher, dass wir jetzt umgestiegen sind. Wir brauchen hier allein im Hauptgeschäft täglich 50 Meter Thermopapier und umweltfreundlicher ist es dadurch natürlich auch. Wie nehmen denn die Kunden das neue System an? Hat es heute überhaupt schon jemand gescannt? Also wir haben das System seit heute und nein, wir selber scannen ganz begeistert, aber einen Kunde wolltest du nicht scannen. Jeder sagt, oh mei, dieses Bohrzeug und keiner will im Prinzip bewohnen. Was denn auf der anderen Seite? Wollten die Kunden die ausgedruckten Zettel gerne haben? Nein, die wollten sie auch nicht haben. Also wir haben die eigentlich eins zu eins jeden Tag entsorgt, diese 50 Meter hier alleine. elephant Poetragen pp 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 p p Untertitelung des ZDF, 2020